Achja. So, wir sind jetzt also zurück. Ich muss hier noch ein paar... Ich muss hier mal ein bisschen die Musik umstellen, ne? So was ich war... noch nicht... hier... Ha 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 ha! Was ist das hier noch? Da bin ich gerade dabei. 6 Stunden. Was haben wir denn jetzt? So 8... Ist die Frage, lasse ich die Leute jetzt hier schaffen? Oder nehme ich die alle für draußen? Ich glaube ich nehme die alle für Springfield. Ja. Ich brauche meine Kohle da. Das ist viel wichtiger. Weil ab... ab Level 30 habe ich gemerkt, werden die ähm... Die Häuser und Geschäfte wirklich teuer. Ja. Und wenn du da nicht genug Leute hast... Dauert das echt lang. Hm... Ja, machen wir 12 Stunden. Das ist eigentlich immer ganz schön. So über Nacht. Übrigens ist es so... Je... Je kürzer die... Die Jobs sind, umso mehr Geld geben die. Ist ja klar. Elchronic Arts möchte, dass die Leute halt ähm... Öfter sich mit dem Spiel beschäftigen. Aber das ist auf Dauer halt doch sehr stressig. Deswegen... Deswegen versuche ich immer abzuwägen, ähm... Wann mache ich dann wieder was? Also... Wann kann ich wieder äh... spielen? Ist das eher so äh... morgens, ne? Also aufstehen oder so. Hier machen wir mal 2000. Also am Anfang von dem Game habe ich ziemlich viel davor gesessen. Also fast äh... jede Stunde immer äh... Äh... die Jobs, äh... abgefertigt. Und äh... Oh ja. Es tut mir leid, Ralphie. Aber ich kann nicht auf dich aufpassen. Und mein Papierkram ignorieren. Kannst du nicht deine Vorstellungskraft nutzen, um mich in Ruhe zu lassen? Okay, bla 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 bla. Sieht ja keiner. Chew-choo-choo! Chew-choo-choo! So... What the... Du machst auch mal zwölf Stunden Kirche? Du kannst den Müll durchwühlen, das kannst du gerne. Ja. Ja. Geld eintreiben. Ah, da ist doch der andere hier oben. Wo ist er? Wo ist er hin? Der war doch eben noch hier. Ich hab ihn ganz genau gesehen. Da ist er. Zack. Komm, leg dich hin. Och, komm. Du sollst dich hinlegen. Sonst wird die ganze Zeit husten. Ja, so ist gut. Au! Haha. Ich will mich so stolz. Ja, das war's auch schon, ne? Ja.